So, ich bin hier leider bei Regen mit der Carolin zusammen und wir sind in Berlin. Wo sind wir? In Berlin, in Greifswald, ein ehemaliger Güter-Bahnhof. Wir sind im Güterbahnhof, was machen wir denn da? Wir sind ehemaliger. Heute ist Artweck D hier. Wir haben heute internationale für die ganzen Welt Artweck D Veranstaltungen, die auch auf Eiler auch. Und wir haben einfach das Lagerhaus praktisch aus Eiler hierher nach Deutschland gebracht. Also ich weiß nicht, wo man das sehen kann. Auf jeden Fall haben wir quasi das Original, das schöne Artweck-Lagerhaus, das direkt am Meer eigentlich in Eiler ist. Und auch bei diesem Güter-Bahnhof wahrscheinlich ein kleines Wetter. Also ein jünger Schattisches Wetter. Das freuen wir ja eigentlich auch. Also es ist besser so. Letztes Jahr hatten wir ja wunderschön so blauen Himmel in Hamburg. In Hamburg, genau, ja. Was sehr untypisch ist natürlich für Artweck auf Eiler. Aber heute haben wir hier vor allem 500 Gäste, 500 Komiteen aus ganz Deutschland. Von überall hin auch weit angereist. Manche über 800 Kilometer halt nicht angereist. Ich zum Beispiel. Ich komme aus München in Äschwälsch. Siehmeinhalb Stunden in meinem vollen ICE. Okay. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Was stellen wir vor? Eigentlich geht es um unsere neue Limited Edition. Das ist die Kelpi-Abfüllung. Kelpi? Heißt nicht so eine Wasserschlampe. Oder was? Das ist ein Wasserungeweuer. Das die Menschen auf ein bisschen hinterlistige Art und Weise in die Unterwelt versucht zu entführen. Wie? Und er hat auch unsere Abfüllung. Und deswegen haben wir heute die ganzen Komitee-Mitglieder hier, damit sie uns helfen, miteinander den Lobster, den Hummel, stark zu machen, der auf unserer Seite ist, um uns dann weiter zu helfen, diese Abfüllung wieder zu retten. Also im Grunde ist das so ein bisschen eine Art Spiele machen mit der Cure wachsen? Nein, es braucht nur noch Spaß. Super. Was wird gemacht? Was müssen wir machen? Also es gibt verschiedene Spiele. Erstmal zum Boden. Erstmal zum Boden, ja. Erstmal zum Boden, ja. Oh! Ein bisschen bis Gold. Okay. Was müssen wir machen? Also wir haben fünf verschiedene Spiele heute. Über Kraftzeichen, über... Lass mich überlegen. Flaschen drehen. Kleine Flaschen. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Über Memory, Influßen, Wasser... Flaschen drehen ist auch schwierig hier. Okay. Also auf jeden Fall alle Spiele den Spaß machen. Und am Ende kommt noch dazu eben dieses letzte Action praktisch von der Lobster, den wir stark gemacht haben, durch die Spiele mit, mit den Mitgliedern hier. Wenn deren stark genug ist, dann hat er die Aufgabe, sich praktisch mit der Kelpie zu schlagen. Oh oh, oh oh, oh oh. Und praktisch die Abfüllung treten. Ich bin gespannt. Sonst kommt uns Kelpie mit der Abfüllung. Und wir haben leider nicht nur zum Vorschlägen gemacht. Und wir haben 500 Bisten hier, die begeistert darauf waren. Wie ist denn das, ähm... Warum Abfüllung? Warum Abfüllung? Was ist der Spirit dahinter? Warum dieser sehr, sehr taufige, sehr rauchende Bistin? Was macht... Ja, was macht es für mich aus? Warst du schon mal? Nein. Nein. Ich würde so gerne. Ich würde so gerne. Erste Stelle. Hör zu. Ich würde so gerne. Also erzähl mir jetzt. Auf einer gibt es keinen so einen Baum. Aha. Es waren Bäume. Aha. Und dann kam, ja, die große Wende. Und hier geht sehr, sehr stark auf Community. Das ist ja anders wie klassische schottische Single-Moritz. Es ist ja eine ganz, ganz strenge, starke Community. Ja. Also das Komitee hat sich ja damals zusammengeschlossen eigentlich um sicherzustellen, dass Abbeck nie wieder seine Türen schießt. Und das versuchen wir eigentlich wirklich wieder zurückzugeben. Das Dankeschön praktisch ist natürlich, dass das ganze Komitee so unterstützt mit solchen events wie heute und mit der Limited Edition Abbeck. Mhm. Okay. Und dann, wie sagen... Jetzt haben wir wahrscheinlich... Ja. Jetzt haben wir Abbeck Fett, weil wir haben sie ja noch nicht gerettet, die Abfüllung. Stimmt. Mein Gott. Wir müssen noch ein bisschen was leisten. Das ist unser Problem. Aber macht nichts, wir kriegen das trotzdem. Das machen wir. Ich wünsche dir was. Alles klar, danke. Danke fürs Interview und euch. Alles Gute da draußen. Zum Wohl.